Na, wo bist du? Ja, Fräuleinchen ist da. Na komm. Ja, komm her. Hier. Da ist schon mal was. Holt die Scheffe. Oh, da kommt er. Ja, kommt er im Tiefflug. Ja. Komm hier hin, komm. Ja. Da ist er. Jo. Ja, hier. Ja, dann komm. Ja. Ja, dann komm. So, ich tu hier mal was hin. Da kann der Regen nicht hin und das Eis auch nicht. Wir haben nämlich Glatteis. So. Gut, gut. Dann bis demnächst. Du wartest ja schon. Moin. Na? Wo willst du denn essen heute? Hier? Oder da? Na gut, da. Ja, ich komme. Ich folge dir unauffällig. So, hier. Komm her, komm. So. Dann komm raus, komm. Ja, super. Mahlzeit. Das ist gut, ne? Ja, so, hier oben tu ich dir auch noch was hin. Ah. Der Nachwuchs kommt. Ja, ich kenn dich. Komm her. Komm. So. Spatzen haben noch genug. So. Dann komm. Ui, 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 ui. Nummer drei. Jetzt Schäffe. Oha. Hört ihr auf? Hey, 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 hey. Was geht hier ab? Gute Güte. Ui, ui, ui. Jetzt schimpft er aber. Das geht ja gar nicht. Ui, ui, ui. Oh, 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 oh. Krieg dich wieder ein. Mein Freund wartet schon. Ja, ja, war das auf Mittag. Genau. Ja, ich bin im Anmaß. Ja, alles gut. Siehste. Ja, komm her. Komm. Komm raus, komm. Komm raus, komm. Na, super. Ja, lass dir das mal schmecken. Pass auf. Nicht, dass die Spatzen alles wegholen. Wäre gut, ne? Nein, nicht doch. Guck mal, was hier los ist. Oh, da kann auch was sein. Das. Ja. Da seid ihr beiden ja schon. Moin. Jo, geh du schon mal an deinen Platz. Das ist gut. Ja, ich bin im Anmarsch. Ja. Ja, dann komm raus. Komm raus, komm. Ja. Hier kommt noch was hin. Ja, da auch. Jetzt aber. Ja, da bist du ja. Alles klar? Gut, gut. Ja, Fräulein ist auch da. Ja. Ja, komm auch, komm. Komm auch, komm. Ja, komm. Ja, ich geh ein bisschen auf den Weg. Wo bist du? Was willst du denn hier, Tiki? Ja. Ich füttere die Vögel, nicht dich. Du bist schon gefüttert. Ja. Komm mit rein, komm. Ja. Ja. Die wird ja auch immer zahmer. Ja, die kennt mich ja nur schon. ganze weile ja dann bist du mit dach kicker wir sprachen davon dass wir reingehen wollen ja ich bin da ja 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 alles klar was ich gerade den meisenknödel da aufgehängt hat saß er schon hinter mir ja ich bin ja da gute güte kann nicht schneller ja da hast du was da kommt raus komm raus ja komm raus ja super immer gut ja nimm das mit alles klar kannst du in ruhe essen so für die anderen hier noch was so alles klar gut da ist er ja schon morgen mein freund ja hat sie noch was von gestern ist gut komm ich geb dir wieder frisches ja alles klar geh doch mal in position guck mal hier ganz frisch dann komm raus komm raus aus deiner hülle alles gut da soll ich was hin tun ok ja ich tue dir hier auch was hin alles wird gut alles klar so jetzt hast du auch der nachwuchs fräulein ist auch da suchst du beste ecke aus ja mach mal dann bis heute mittag oha da kommt ein fremdling pass auf dass er dich nicht sieht du jetzt kommt er gleich er ist noch da die gehört hier nicht hin guck dir das ganze mal von oben an oh 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 na gut okay 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.